Herzlich willkommen im Kinski. Das Auktionshaus auf der Freyung kommt zu Ihnen. Ein frühes Werk von Franz Hagenauer. Ein Frauenkopf, reduziert, vereinfacht, inspiriert von der Moderne. Art déco und das Hinüberschreiten in eine neue Ästhetik, die sehr stark auch inspiriert ist von einem Brancusi in Paris beziehungsweise Modigliani. Fast wie die reduzierten Köpfe der Mannequins in den Auslagen und doch ein Kunstwerk von höchstem Ausdruck und großartiger Intensität. Das Spiel mit Symmetrie und Asymmetrie, das in die Voluten hineinschwingende Darstellen von Haarlocken und Details. All das nutzt Franz Hagenauer in seiner sehr eigenständigen Ästhetik, die er entwickelt hat. Jener Künstler, der hineingeboren wird in eine Metallverarbeiter- und Expertenfamilie, nämlich Zieselöre und Gürtler, also jene, die alles, was auf Kutschen aufappliziert wurde, ursprünglich aus Metall getrieben. Eine Familie, die aus der Tradition von Wiens, der Bronzengestaltung der kleinen Skulpturen, sich entwickelt hatte und eine der führenden international wahrgenommen wurde. Franz und Karl Hagenauer, die Brüder, die den väterlichen Betrieb Karl Hagenauer, der Ältere, der ihn begründet hatte, war 1928 verstorben und sein erstgeborener älterer Sohn Karl übernimmt das Unternehmen. In den 1960er Jahren wird dann Franz Hagenauer nach dem plötzlichen Tod seines Bruders dieses Unternehmen mit so großer Tradition, dass auch in die Vereinigten Staaten kleine Skulpturen, Kühlerfiguren, Möbel, Dinge für den täglichen Gebrauch gestaltet. Nun, Franz Hagenauer war sein ganzes Leben lang an der Schule, dem K.K. Museum für Kunst und Industrie angeschlossen, ausgebildet, aus seinem Selbstverständnis heraus Bildhauer. Und doch war er die meiste Zeit seines Lebens gezwungen, auch im elterlichen Betrieb sich einzubringen und zu engagieren. Und zwischen diesen beiden extremen Polen, nämlich Kunsthandwerk auf höchstem Niveau, Hervorbringung von Objekten, die wir heute als Design in maximaler Qualität bezeichnen würden und Objekten, die sich ganz im Sinne der Moderne aus der Art Deko Kunst heraus entwickelten, pendelt sich dieser Franz Hagenauer bis zu seinem Lebensende ein. Ganz früh nimmt er sich die Freiheit, Objekte wie diesen Kopf zu gestalten. Ganz spät, als er dann selber Lehrender an der Universität für angewandte Kunst ist, wieder wieder zu seinem ursprünglichen Berufensein zum Bildhauer zurückkehren. Ein Glanzlicht der kommenden Sommerauktion hier im Kinski. Nutzen Sie die Gelegenheit, lassen Sie das Werk auf sich wirken. Ärger und Arenberg bis zu dem Weg, den Rot an der Parten und die Ein Glanzlicht der Kinski. Der Kinski. unas Kinski.